Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine dramatische Digitalisierung, eine Entwicklung in den neuen Technologien miterlebt. Die Anforderungen an Datenschutz sind gestiegen. Und es geht darum, diese zwei Welten jetzt zu synchronisieren, aufeinander abzustimmen. Wir wissen ziemlich genau, was wir im Datenschutz machen sollten und da geht es jetzt darum, konkret wie wir es machen müssen. Also grundsätzlich fangen wir mal an mit dem Modul Privacy Fundamentals. Da geht es um die ganzen gesetzlichen Grundlagen, dass man einfach auch eine Repetition hat von dem, was überhaupt im Datenschutzrecht gilt, was haben wir für datenschutzrechtliche Anforderungen. Wir machen einen kleinen Ausflug auch in spezifische Themen wie zum Beispiel Patientengeheimnisse oder vielleicht auch das Bankgeheimnis, wo wir detaillierter anschauen, was bedeutet das in diesem Zusammenhang. Unabhängig davon, in welcher Sparte oder in welchem Job oder Beruf ich nach einem Ende nach dieser Ausbildung brauchen werde ich das Wissen auf jeden Fall. Und die Leute, die das Wissen haben, sind gesucht auf dem Markt und die werden dann von den Unternehmen entsprechend angeworben, weil ohne diese werden wir die Digitalisierung nicht in diese gewinnsten Bahnen bringen, wie wir sie uns mindestens einmal in der Schweiz vorstellen.